Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo. Ja, ich laufe hier gerade irgendwo durch. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Also, ich bin am 11. Februar, das ist diesen Samstag, bin ich an einem Event eingeladen. Ein, wie sagt man, dem Fußballkastenturnier, sag ich jetzt mal, wo sieben andere kleinere YouTuber noch dabei sind. Unter anderem auch Kilian, der wird da auch dabei sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ich verlinke euch noch den YouTube-Kanal unten in meiner Beschreibung. Purzels Fußballkanal. Ja, ich wäre froh, wenn ihr da mal einschalten würdet. Und ja, noch zum anderen. Ich habe letztens zwei Interviews hochgeladen. Ich bin seit meisten, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Moderator bei einem Radiosender Eishockey. Außer wenn euch Eishockey gefällt, dann könnt ihr da gerne mal mithören. Auch diesen Link werde ich da noch in meine Beschreibung packen. Und ja, damit war es es eigentlich auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.